Ja, schade. Da sind die Gentlemen! Wieder alle auf einem Fleck? Ja, ja, aber wieso trifft uns dann jeder hier? Das geht doch nicht! Aber wenn dem... What?! Okay, Leute, wer war das? Du bist eigentlich genau... Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fistful of Frags und... Uh, ich muss mich hier beeilen. Wir sind Gentlemen und wir haben natürlich wieder dabei... Wen haben wir denn überhaupt dabei? Galucard, Krabs haben wir dabei. Wir haben Vita-Wolf dabei, wir haben Grenz dabei, wir haben Anne dabei, Werdem ist dabei und wer kommt jetzt noch dazu? Mahfzog, Mahfzog kommt noch gleich. Kommst du nicht rein! Ja, echt, ey. Hier, Mahf und Horche, ihr könnt bei Steam einstellen, dass ihr reinjoint, sobald ein Platz frei ist. Ich glaub, Mahf hat's geschafft, weil er stand in der Liste. Ich glaub, ich bin drin, ja. Jaja, Mahf in der Liste. Einfach die Aufnahme starten. Mahf, komm zu den Gentlemen's. Das sind die Besten. Komm zu den Blauen. Die coolen. Ich hab ja keine Gentlemen's. Ich hab die Guisantis... Alter, ich kann nicht so schnell schießen, oder? Mahf, der ganz rechts ist, der... Selected Team ist voll. Komm zu den Blauen, wenn du gewinnen willst. Wir sind nämlich schon voll, weil wir Stadt bekannt sind, ey. Ihr seid wie TGN, ihr nehmt alle, ha? Nein, warum hat er das überlebt? Au! Ich weiß gar nicht, welcher ist mein Gegner? Alle, außer die Gentlemen's. Alle, also wollen wir Deathmatch. Außer deine Gentlemen-Kollegen. Ah, da hat er sich wieder wen gegönnt. What? Wie voll Team Rot ist, ey. Team Rot will hier mit Masse glänzen. Welche Farbe bin ich eigentlich? Nein! Gentlemen sind die grünen. Okay. Erstmal das Klavier anschmeißen im Saloon. Ey, ich hab so ne geile Strategie mit dem Messer entwickelt. Oh! Abstechen! Ich hab nach, glaub ich. So, dann bin ich wieder. Einfach die Aufnahme starten wieder. Ey, Anne hatte so starke Waffe. Hatte ich gar nicht die Waffe. Hatte ich gar nicht die Einstellung eingestellt. Boah! Anne, du hattest doch ne Secret Waffe. Hatte ich nicht. Doch. Du hast auch mich nicht gekillt, Granz. Du hast dich vertan. Achso, shit. Das ist ja Granz, schau wieder. Boah, Granz. Ey, jetzt hast du's aber raus, doch? Das ist da hinten mein Kind übrigens, der so hart am Bluten ist. Wer den klaut mir einer? Aha, hier ist Alkohol. Sehr schön. Die Golden Gun! Die Golden Gun ist da! Da ist doch Alkohol im Spiel. Wer hat die Golden Gun? Was ist die Golden Gun? Ich bin grad an der Kiste. Das sind die, die goldene Kiste. Oha, wie konntest du das mal? Dann kannst du dir... Da, die dritten werden wollen. Das ist unnötig wie manche Leute zielen können, ne? Aus ner Entfernung. Ja, ja. Auf Schimpftes Treten. Das kann nicht sein. Vor allem und egal wie gut du ziehst und ob du auf den drauf bist, manche triffst du nicht. Was habt ihr denn für eine Handführung gewählt? Ja, genau. So. Lol, ey. Eindeutig drauf. Eindeutig. Ja, ihr müsst auch das... Die Waffe verzieht ja auch, ne? Das ist ja normal. Also richtig verziehen. Nicht so, dass du's berechnen kannst. Und dann schießt nicht immer auf den Kopf. Dann triffst du sowieso nicht immer. Ich schieß einfach nur die Richtung. Oh! Der Russel hat mich getötet. Der Ivar, ey. Ey, ich hab jetzt die Pump-Action. Und jetzt geht's richtig rund, ey. Ah, Dalu. Ich bin tot. Ich darf nicht sterben. Ich hab die Pump-Action. Oh, hinter mir. Alle auf Dalu, Leute. Der kommt da hinter mir auf der Bauch in mein Double-Kill. Oh, die Cranks! Ich hab alle totgeschlagen mit der Faust einfach. Wer, was ist denn, ey? Oh, Cranks! Ja, gut, oder? Der sieht aus hier. Der mäht mich wieder. Oh, nein. Das ist gemein. Nein, die Waffe. Die Waffe. Komm her. Ey, geil. Im Saloon spielt ja jemand auch noch das Klavier. Ich hab das Klavier gerade angemacht. Das kannst du anmachen. Rantle-Männer, kommt mit. Pikachu! Nein! Wohin denn mit? Wohin denn mit? Ja, nehmest du! Oh nein! Ja, das geschieht dir recht! An der rosa Rant sind die Banditer. Bist du gerade an der Kiste, ey? Bist du gerade an der Kiste, ey? Bist du gerade an der Kiste? Ich bin... Was bin ich? Warst du gerade an der Kiste? Ne, leider nicht. Ach, das ist Pikachu da. Okay. Oh, shit. Ich bin da runtergefallen. Äh, gesprungen bist du da. Oh! Ich überlebe das. Dalu, der war dreckig. Der war ganz dreckig. War Western-Style, nicht das? Der war Western-Style. Das war Cheater-Style. Der hat auf mich geschossen und alles. Ah, das war Marv, der hat gesagt, ey. Oh! Marv, bist du jetzt ein Gentleman oder nicht? Oh, das war gut, ne? Nee, Team war voll. War aber knapp. War aber knapp. Deinen Kollegen hinter dir hab ich erschossen. Ja. Jawohl, Henry hat er gehabt. Ich muss mich jetzt auch mal wieder anstrengen. Länger, klein, wenn der jetzt hier steht. Kann man mich damit einschlackt? Töten. Echt jetzt? Die schießen von oben in den Kopf. Und er guckt da, wie er war. Gibt's doch nischt. Gibt's ja wohl. Gibt's doch gar nicht. Der Typ, der da oben rumhaut und in dem Treffen. Da oben. Hinter uns. Jawoll. Oh, komm ey. Ich wollt mir grade was rausnehmen. Ich wollt mir da grad was. Ja ich finde das natürlich unfair. Wer jetzt zu lange am Loot lummer hat, ey. Der kann abnimmt sein. Ja aber der Kreis dreht sich ja nicht schneller. Da kannst du nichts gegen machen. Ich bin echt zu schlecht gerade. Mist. Wieso? Hau ab mit den Messern! Ey, den Typen hier, den bekomme ich nie getötet, das ist unfassbar. Oh, ich habe ein richtig gutes Sniper-Rifle jetzt erwischt. Welche? Henry? Ich weiß nicht, damit kann ich auf jeden Fall die Henry gerade gekriegt. Alter. Oh, shit. Ich bin immer noch mit der Korkenpistole unterwegs. Wie viel Schuss hat die Henry? Äh, boah, acht oder zehn. Oh, geil. Oh, Captain AFK hab ich gerade getroffen. Kriegt man irgendwo neue Waffen? Ja, in den Kisten. Oh. Wie schnell kann ich da schießen, ey? Ja, du kannst den Revolver ähm... Das war's nicht du, du hast den Lupe betötet. Nein, ich weiß, aber du kannst den Revolver also so ungenau machen und dann einfach immer hinten an dem Hahn ziehen die ganze Zeit. Ja. Dann kannst du Dauerfeuer mit dem Revolver sozusagen machen. Ach, das ist ungenau? Ich dachte, das wäre genau Ziel. Ja, dann kannst du ja schneller schießen. Das ist ungenaues, schnelles Schießen. Wie komm ich denn da hoch, verdammt? Gentleman! Irgendjemand hat die goldene Waffe sich gerade geklaut, Leute. Ja, ich! Verdammt nochmal! Und ich hab sie wieder verloren. Oh nein! Also man bekommt auch Fallschaden, ja? Das war so geil! Das war gerade so geil! Zwei Leute auf einmal! Super! Jetzt hab ich da gerade auch noch einen Assist gewährt oder sogar... Ah, super! Oh, Grants, du sag! Ich wollt grad einen erschießen! Sorry! Was hast du denn für ne geile Waffe gehabt, ey? Grants macht ja einer auf Sir Campbell, Leute! Hä? Ich hab grad Krebs... Ja, mit Zielfernrohr! Ich hab dich mit der Axt getötet! Ja, und ich hatte ne Waffe mit Zielfernrohr. Das hab ich... Ja, die Axt ist krass! Ich hasse die Pistole! Au! Ich bin so schlecht, ey! Okay, jetzt hab ich mal zwei Knarren davon, dass eine leer ist! Ich bin noch schlechter als Marv! Au! Ohohoho! Bist du schlechter als ich? Was soll das denn heißen? So lange du dich schlechter als ich bist, ist doch alles gut! Coach Gun! Bin ich doch! Echt? Ich guck da nicht nach! Oh, shit! Ich dürfte eigentlich letzter sein in der Runde hier! Ich bin richtig schlecht gerade! Hier geht's! Oh! Oh, das ist gut für das Waffe! Hä? Ist der ich? Ja, was war das? Ja, ja! Oh! Wer kam denn da von hinten? Hat er sich so gedacht, ey! Der Rolli! Oder Rolli! Oder wer das ist! Aua! Toll! Roll! Ohohoho! Crap! Hab mich voll weggekickt, ey! Hab ich ne Coach Gun! Ohoho! Ich bin woanders! Rein in den Salud und lass mal alle holen! Da bin ich nicht! Da bin ich nicht! Jetzt mal voll alle holen! Lass mal alle holen! Oh, das gibt's doch nicht! Dieser Buchner, ne? Der ist ja nur am Snipern! Wo ist denn der? Der steht irgendwie auf dem Dach über der Bank auf dem Dach! Jetzt nicht mehr! Boah! Dieser Rolli, ne? Der killt so übel! Der wurde gecoacht, ja! Ey, manche sind echt krass! What? Die holte Kiste ist da! Ich hab mich erschrocken, um ehrlich zu sein! Ich glaub, dafür hab ich nicht die Reflexe für dieses Spiel! Aber das hab ich ja eh nie! Wir spielen ja noch, das andere ist auch noch wiezig gleich! Oh! Wer war das?! Das ist bestimmt so ein ganz feier! Grant oder so! Was?! Wer möchte ich denn da ein, wenn ich jemanden töten will?! Judge! Schiri! Hallo! Alter, im Nahkampf! Was? 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 Wurde du wenigstens getötet jetzt? Ja! Gut! Habe ich denn die Waffe hingeworfen, Idiot! Habe ich gegessen vorher! Echt jetzt? No! Ach, da kämmt einer einfach! Alter! Überall, wo du spawnst, sind die schon! Ja! Und dann spawnst du irgendwie zwei, drei Mal an derselben Stelle! Und die stehen da immer noch! Aua! Na, was hattest du? Also ne gute Gun? Ja, der hatte ne doppelte Kante! Mary's Leg hattest du! Mary's Leg hattest du! Alter, wer hat mir den Frack gegeben? Ach, ein anderer Gentleman! Auf die Entfernung?! Crabs, Wolfskin, echt jetzt?! Ja, ja! Das war ein Kick gerade! Aber ich wusste ja, dass du kommst von da! Ehrlich! Nee, nee, stand schon hier an! Hä?! Ich glaube, ich stand näher dran, als du dachtest! Alter, das gäbe es nicht! Abgesägte Pumpgun direkt im Bauch oder so! Stört den nicht! Ich hab dich auch auf deinen Bauch getroffen! Ich hab dich auch nicht getroffen! Ich hab dich auch nicht getroffen! Was ist denn das?! Also bitte! Nein! Also bei Free2Play erwarte ich ja wohl ein bugfreies Game! Echt? Wenn ich nichts dafür bezahle, Das sind halt so alte Waffen, die verziehen halt! Ja! Wenn ich schon nichts bezahlen muss, dann wird er auch richtig! Au! Wer ist das hier? Wer ist das hier mit dir? Ich bin das! Nix da! Alter, wieso träg ich dir nicht?! Und zack, vor allem gesagt! Das ist auch einer von mir! Weiß die Wand an, ist das schön hier, ey! Ja, macht Laune! Das ist mein eigener! Das ist auch nicht so das Premium-Game, aber macht Laune! Ich glaub, meine Bros haben sich alles selber umgebracht! Ich kenn Fistful of Rags noch aus der Zeit, wo es noch ne einfache Mod gab! Ja, für Counter-Strike! Ey, wieso hab ich dir jetzt auch ne Faust?! Haha, Vital, ey! Weil ich dich zum Duell herausgefordert hab! Was?! Und dein Ehrgefühl hat dir gesagt, steckt für das Waffe weg! Er hat dir einfach nur die Waffe aus Schnaipern! Faffe aus Schnaipern! Ja, wat denn?! Wie du auf einmal Angst gekriegt hast! Ja, natürlich! Geh du meinen wilden Westen mit! Was? Schlipp? Geht nicht? Alt? Geh du meinen wilden Westen mit! Wie kannst du's wagen?! Wie kann das sein?! Wie kann das sein?! Was ist hier los?! Ja, echt! Da ist Alkohol im Spiel! Au! Das sind die Drogen! Juhu! Coach Gun! Juhu! Das war mein! Ja, schade! Muss ich mir nicht von den Film schlappen! Rolli! Also Rolli oder Rollführer, wie der heißt, der ist krass unterwegs! Ey, 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 ey! Wer schießt? Der töte mich auch die ganze Zeit! Hallo! Bouncing Blocks! Hex! Bouncing Hex! Der hat an! Ja, super! Tschüss wieder! Ja, super! Also das Coach Gun ist übelst! Du hast doch auch an! Du hast doch auch an! Mit Rolli zusammen auch noch! Nein! Als Schlusslicht-Gesellschaft! Ja, ja! Okay, erstmal ne Runde Fallschaden abholen, weil ich dachte, hier geht's nicht weiter, jetzt ist der Typ mir auch noch weg gelaufen! Ist einer auch Team Blau? Ja! Ja, schade! Nein, schade! Da sind die Jets! What?! Boah! Wieder alle auf einem Fleck?! Ja, ja, aber wieso trifft uns dann jeder hier wieder? Das geht doch nicht! Ich! Da, du, ey! What?! Okay, Leute! Man müsste eigentlich genau getroffen haben, man steht einen Meter entfernt und trotzdem scheint der andere keinen Schaden zu kriegen! Wer wollte da vom Walter? Ich denn! Aber du hast mich einfach rausgesprungen! Boah! Alter, wenn du ja gerade am Nachladen bist, ne? Das ist echt Scheiße! Ja, ja! Kannst du gar nichts mehr machen! Du musst du wissen, wann du nachlehnt sind wegen Westen! Boah, ich hab jetzt hier gerade einen Fünfer-Streak! Da! Aufgeräumt! Vor allem hast du das Coachgun! Oh! Camper! Ich hab die Coachgun! Na, ne, ey! Das wird doch ne Privatfede, sag ich dir! Au! Oh, weißt du, voll das Genick gebrochen beim Unterfallen! Oh Gott! Ja, wenn du da so rumcamps, ne? Gar nicht! Geht das ja nicht! Aufgeräumt! Ups! Hey! Das war's! Ich bin... Ah, ey! Gib's mir echt nicht! Aua! Jawoll! Meine Coachgun ist noch im Rennen! Ah! Das ist ja dreist! Wie kann ich denn immer noch so weit unten sein? Crows every kill... Äh, Grants, du hast nur 18 kills! Was hast du denn für High-End-Kills geholt, ey! Ich bin richtig pro! Oh! Ich hab 30 kills! Im wilden Westen zählt halt auch, wer mehr Bier trinken kann und so! Ja, echt! Nur schön saugen! Oh, oh! Maaf, ey! Aua! Oh, die... Oh, sterb! 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 Oh! Alter, ich muss nachladen! Wer ist das hier, der Messer-Jockel? Das bin ich! Du zwei schaffen siehst! Nein, Prima! Wenn du das hier siehst! Na also! Blöde Puchner! Nicht schon wieder! Oh, ja, genau! Oh, ja, genau! Alter, ich hab mir gar nicht so... Wir haben da einen... Du Feigling! Den haben wir richtig in die Mangel genommen, ey! Das ist doch herzend! Ach so, ich krieg nicht so viele Punkte, weil ich als Perk-Gentleman ausgewählt hab! Grants, ich stand da so... Oh, hä? So wieder! Toll, Grants, ey! Was denn? Ich hab als Perk-Gentleman ausgewählt, ich hab nur Punkte für Revolver-Kids! Ich hätte voll viel! Ach so! Boah, Dalu! Boah, richtig schlecht, ey! Ich hab immer Minuspunkte bekommen! So, das war's wieder! Tschüss! 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 Tschüss!